Die Lehrlingsausbildung hat bei der ÖBB eine lange Tradition. Seit über 100 Jahren werden hier Fachkräfte für die Zukunft ausgebildet. Am Standort Bludens finden junge Menschen eine hochmoderne Lehrwerkstatt vor. Über 100 Lehrlinge werden aktuell in vier verschiedenen Berufen ausgebildet. Maschinenbautechnik, Mechatronik und Automatisierungstechnik, Elektro- und Anlagenbetriebstechnik sowie Bürokaufmann und Frau. Die ÖBB ist eines der größten technischen Ausbildungsbetriebe. Das heißt, die ÖBB ist ein Riesenunternehmen mit 40.000 Mitarbeitern und hat natürlich sehr viel an technischen Materialien, die gewartet, die servisiert werden müssen. Und dazu haben wir 25 Lehrberufe bei der Bahn. Wir nehmen jährlich 650 Lehrlinge bei der ÖBB auf. Und in Bludens, in der neuen Lehrwerkstätte, die 2020 gebaut wurde, haben wir über 100 Lehrlinge in vier verschiedenen Berufen. Zusätzlich können Lehrlinge nach dreieinhalb Jahren spezielle Module absolvieren, etwa in den Bereichen Sicherungstechnik, Telekommunikationstechnik oder Fahrzeugtechnik. Oder sich weiterqualifizieren, beispielsweise als Lokführerin oder Wagenmeisterin. Neben der fachlichen Ausbildung profitieren die Lehrlinge von zahlreichen Angeboten wie Sportprogrammen, Lehrlingsprämien und Auslandspraktika. Der Lehrling ist uns sehr wichtig, darum bieten wir dem Lehrling auch sehr Benefiz an. Wie zum Beispiel Gesundheitsprogramme. Wir machen mit dem Lehrling fit for work. Das heißt, in der Lehrwerkstätte während der Arbeitszeit darf der Lehrling mit einem Trainer zusammen Rückenupdate machen. Wie heben, tragen, wie verhalte ich mich bei Arbeiten, wie stehe ich richtig, bin ich gesund ernährt, wie gehe ich mit Geld um, wie verhalte ich mich, Mopping, Teammanagement und so weiter. Die ganzen Seminare werden hier während der Arbeitszeit gratis angeboten. Genauso bieten wir dem Lehrling Prämien an. Wenn er gute schulische Leistungen hat, kriegt er bei uns Gutscheine oder Sonderurlaub. Das heißt, diesen kann er dann, wenn er will, den Sonderurlaub selbstverständlich im Sommer zum Beispiel für längere Urlaubszeit genießen. Heute werfen wir einen genauen Blick auf die vier Ausbildungsberufe in Bludenz. In der Maschinenbautechnik werden die Lehrlinge in den ersten Jahren mit den Grundlagen der Metallbearbeitung und Montage vertraut gemacht. Die Lehrlingsausbildung bei mir schaut so aus, dass die Lehrlinge einfach im September kommen in das neue erste Lehrjahr. Und nach den Kennenlerntagen und der kleinen Reingewöhnungsphase fängt man natürlich gleich mit den Basics an. Das sind Pfeilen, Sägen, Bohren und so weiter. Und dann gehen wir recht früh nach so circa zwei bis drei Wochen schon an die Maschinen. Dann tun wir fräsen und drehen. Und so tun wir dann einfach Projekte machen bis eigentlich zu Weihnachten. Danach kommt dann wieder, kommt ein Inventor-Kurs dazu, schweißen, kommt dazu, schleifen, weiter drehen, fräsen, immer vertiefen. Und so macht man eigentlich das gesamte erste Lehrjahr Projekte durch. Dann ist es so, dass das erste Lehrjahr gleich im zweiten Monat runterkommt, die Dreh- und Fräse-Ausbildung macht, mit dem Ausbildner vom ersten Lehrjahr. Der Ausbildner, der momentan da ist, der geht in den Unterrichtsraum, 3D-Druck und Inventor. Und so haben wir die halbe Gruppe vom ersten Lehrjahrhundert. Die zweite Gruppe ist oberhalb in der Grundausbildung und macht ein Projekt, was Verschraubung, Sägen, Bohren und so weiter ist. Nach der intensiven Grundausbildung arbeiten die Lehrlinge zunehmend an realen Projekten. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das die Lehrlinge dieses Jahr gemacht haben. Das sind Signale, die man direkt bei der ÖBB im Gleisbetrieb verwendet. Die können entweder für die Ausbildung von dem Zughöfchen Lokführer verwendet werden oder für unsere Eisenbahnkunde direkt intern im Haus, weil unsere Lehrlinge, die gehen im dritten Lehrjahr in den Gleisbereich, also im Rahmen der Ausbildung, eisenbahnspezifisch. Und das wäre natürlich super, weil ein Zug fährt nicht wie das Auto auf Sicht, sondern wir fahren nur auf Signale. Später geht es darum, hochspezialisierte Maschinen zu entwickeln und zu warten. Die Praxisnähe und das State-of-the-Art Equipment, mit dem sie arbeiten, bieten viel Abwechslung. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen will, aber wahrscheinlich werde ich bei der ÖBB bleiben, weil es mir schon brutal gut gefällt. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich entweder sowas Richtung Master oder vielleicht Lernlingsausbildner, wer weiß, schon mal denn, wenn es soweit ist. Die Mechatronik verbindet Mechanik, Elektronik und Informatik. Lernlinge in diesem Bereich arbeiten mit hochmodernen, automatisierten Systemen, die in der Produktion eine Schlüsselrolle spielen. Also am interessantesten finde ich den Elektroteil, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool, mit der Maschine zu arbeiten und selber Werkstücke oder funktionierende eigene Sachen, wie einen Elektromotor zum Beispiel zum Bauen. Auch in der Mechatronik erhalten die Lehrlinge eine fundierte Ausbildung, die sie auf die Herausforderungen der modernen Technik vorbereitet. Die Verbindung von Theorie und Praxis sorgt für eine spannende und abwechslungsreiche Lehrzeit. Die Lehrausbildung bei mir ist schon so, wir sind im Prinzip in dem Raum dahinter, in dem Labor. Wir machen dahinter wirklich die Steuerungstechnik, also das heißt Programmieren mit der SPS. Wir haben jetzt da die SPS Siemens S7-1200er da und mit der fangen wir dann halt auch Programmieren, zuerst grundsätzlich so kleine Dinge, so eine Ausschaltung und so weiter. Und dann geht es dann halt weiter nach, nach dem zweiten Lehrjahr, im dritten Lehrjahr haben wir den einen Block und im vierten Lehrjahr und dort machen wir dann halt wirklich Projekte, also da erstellen wir wirklich auch Anlagen. Je nachdem, wie es denn zeitlich ausgeht, wird es dann halt eine größere Anlage oder eine kleinere. Die Lehrlinge in der Elektro- und Anlagenbetriebstechnik lernen, elektrische Systeme zu installieren, zu warten und zu reparieren. Bei mir schaut es so aus, wir fangen mit der Grundschaltung und der Schutzschaltung an, von der einen aus bis Dauer, den Dauertippbetrieb, den links-rechts-Stern-Dreieck und dann wird das immer weiter erweitert, wo ein Sicherheitsrelais gebaut wird zum Beispiel oder dann wird eine Sensore eingebaut und dann sollten die Sensore kennen, wie induktiv, kapazitiv und so wird dann eigentlich immer die Schaltung größer und das Liste eigentlich immer erweitert und es wird halt immer komplexer. Mit der Digitalisierung und der Energiewende sind diese Fachkräfte stark nachgefragt. Also wir versuchen wirklich immer so modern wie möglich und halt auch am Ball zum Lieben, dass wir am Markt auch immer mitreden können. Wie gesagt, wir haben 3D-Drucker, wir haben Laser, wir haben die Boxen, was man vielleicht nachher noch sieht, sind für den Lehrling selber gebaut und also materialtechnisch sind wir wirklich gut aufgestellt. Da schauen wir schon immer, dass es immer neues Zeug da ist, nicht altes Zeug verwenden, wobei auch wichtig ist, dass man dem Lehrling auch altes Zeug zeigen kann, weil oft einmal kann sie auf Baustellen, wo man dann sieht, okay, da ist wirklich ein Schalter drin, vor 50 Jahren, wie muss ich das jetzt machen, oder? Dass sie genauso alte sind, als wir auch die ganz neuen Sachen haben. Die Arbeit an komplexen technischen Anlagen bietet den Lehrlingen viel Abwechslung und fordert sie heraus. Der direkte Praxisbezug ist ein zentraler Teil der Ausbildung. Also mir macht die Lehre total viel Spaß, ich komme auch gerne geschaffen und ich freue mich auch besonders auf den Außendienst, wo ich alles von der Welt wirklich aussehe. Die Ausbildung zur Bürokauffrau oder zum Bürokaufmann bereitet auf eine wichtige Rolle hinter den Kulissen vor. Hier lernen die Lehrlinge, wie der Betrieb eines großen Unternehmens reibungslos funktioniert. Also wir haben insgesamt im Büro sechs Lehrlinge, wo die Lehre absolvieren in drei Lehrjahren. Also jedes Lehrjahr nehmen wir zwei Lehrlinge auf. Es gibt sehr viele verschiedene Aufgaben, von der Vorbereitung, von der Bestellung für das Matkarten in den Werkstätten. Da müssen die ganzen Abwesenheiten, also Arztbesuche, Krankmeldungen gepflegt werden. Da müssen Listen geführt werden und so weiter. Also es gibt immer was zu tun und auch immer neue Sachen, die tagtäglich dazukommen. Neben der klassischen Büroarbeit entwickeln die Lehrlinge auch organisatorische Fähigkeiten und lernen den Umgang mit moderner Software. Diese Kombination macht die Ausbildung besonders abwechslungsreich. Also eigentlich ist alles richtig cool. Also wir haben viele Vorteile dort, also von der Farbegünstigung bis zum Essen in der Kantine. Es ist einfach alles. Für mich ist es so gut, weil ich in der Nähe wohne. Also es gibt sehr viele Vorteile und es war einfach klar, dass ich daher kommen will. Die Lehrlingsausbildung bei der ÖBB bietet jungen Menschen nicht nur eine fundierte Berufsausbildung, sondern auch zahlreiche Zusatzangebote, die über das fachliche hinausgehen. Diese tolle Lehrwerkstätte, wo wir da gebaut haben, 2020, kann jeder besichtigen kommen. Man muss sich nur anmelden bei uns und dann kann man eine Exkursion, dann die Berufe, das ÖBB wird das Abläufe gezeigt. Also wir zeigen es auch gern Pensionisten, wir zeigen es auch gerne Schulen, auch einzelne Personen, jederzeit Anruf. Ganz speziell dafür gibt es den Tag der offenen Tür. Der findet immer im Jänner, jedes Jahr statt, immer am Freitag, den ganzen Tag und Samstag, den Vormittag, kann man jeder Person vorbeikommen und alles bei der ÖBB erfahren, wie die Ausbildung hier läuft und wie das Gebäude und die Bildung zustande kommen. Ob in der Maschinenbautechnik, Mechatronik, Elektro- und Anlagenbetriebstechnik oder als Bürokaufmann oder Frau, die ÖBB-Lehrlinge sind bestens auf die Zukunft vorbereitet. Interessierte können die Lehrwerkstatt in Bludens beim Tag der offenen Tür am 31. Jänner und am 1. Februar 2025 besuchen, um einen Einblick in die vielfältigen Berufsfelder zu bekommen.